Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit Im letzten Part haben wir uns als offizielles Erkundungsteam einschreiben lassen und uns wurden auch sogleich einige neue Funktionen erklärt wie zum Beispiel der Attackenaufstieg, den ich immer noch ziemlich genial finde und wir haben noch einen Job erledigt, unseren ersten richtigen Ich zähle die Mission von Domiesel nicht wirklich als Job weil wir den auf jeden Fall machen mussten und im letzten Part konnten wir uns dann ja die Jobs schon wirklich frei aussuchen und ich muss sagen, die Musik hier drin macht richtig Laune Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht ob es mit der Hauptgeschichte jetzt sofort weitergeht oder wir noch ein paar Jobs machen müssen Das werde ich ja jetzt feststellen Ich kann mich auf jeden Fall frei bewegen und hier ist noch verdammt viel Platz Ja, hier ist noch verdammt viel Platz, wie ich feststelle Dann bin ich mal gespannt, wie sich unser kleines Paradies im Laufe dieses Abenteuers so entwickeln wird Strepoli Was gibt es, Strepoli? Die Würfel sind gefallen Ab heute werde ich hier meinen eigenen Laden betreiben Was sagst du da? Ich habe vor, wieder ins Baugewerbe einzusteigen Diesmal will ich es aber sauber aufziehen und keine krummen Dinger mehr drehen Außerdem möchte ich mich bei euch auch irgendwie erkenntlich zeigen Daher dachte ich, es wäre am besten, wenn ich meinen Laden in eurer unmittelbaren Nähe aufmache Zumindest ist das die offizielle Version In Wahrheit will er doch nur seiner geliebten Viridium möglichst nah sein Ihr miesen Kleinen Wer, wenn ich euch in die Finger kriege? Ah, Hilfe Oh, das hat bestimmt weh getan Das musste sein Damit wären wir diese Quellgeister los Hey, wenn das nicht der gute alte Strepoli ist Zurückhex? Hey, sag mal Seit wann gibst du dich denn mit solchen Nieten ab? Das musst du gerade sagen Ist das jemand wie du hier überhaupt verloren? Hey, du Hör mal Es ist ja nicht so, als hätte ich das gerne getan Aber ich hatte eben keine Wahl Nicht alle haben es im Leben so leicht wie du Oder glaubst du etwa ernsthaft Dass es mein Traum ist An diesem elenden Ort zu versauern? Uah Maulot hat wirklich alles im Griff Hm, bei dir ist ja wirklich so einiges im Argen Ich weiß zwar nicht, wo genau der Schuh bei dir drückt, aber Sei's drum Nun, was wollte ich noch gleich sagen? Ah genau, vom heutigen Tage an werde ich hier auch meinen eigenen Laden führen Ihr habt doch nichts dagegen, oder? Aber wo denkst du denn hin? Ich bin glücklich, dass du wieder Gefallen in deiner alten Arbeit gefunden hast Hehe Ich dachte mir schon, dass du sowas sagen würdest, Nils Zumindest habe ich es gehofft, denn mein Laden steht schon, um genau zu sein Wie bitte? Tadaa Mein Laden Ich nenne ihn Strepoli und Co Da bleibt dir die Spucke weg, was Ab heute werde ich mich hier als Baumeister so richtig ins Zeug legen Nun ja Ich werde es zumindest versuchen Es ist schon eine ganze Weile her, seit ich zuletzt den Hammer geschwungen habe Daher könnte es sein, dass ich ein klein wenig eingerostet bin Ach was, sag doch sowas nicht Wer hat uns denn bitte schön unser schönes, wind- und wetterfestes Zuhause zusammengezimmert? Du doch wohl, oder? Ja, schon, aber Ich fürchte aber, dass ich noch einen Tacken zulegen muss, wenn ich mit dieser Arbeit meine Brötchen verdienen möchte Jeden Tag übe ich mich von früh bis spät in der Zimmermannskunst Aber es ist weiter schwieriger, als ich anfangs gedacht habe Wenn ich doch bloß etwas stab Wenn ich doch bloß etwas stabilen Efeu zur Hand hätte Damit könnte ich sofort wieder loslegen wie früher, aber Das ist alles? Warum sagst du uns das denn nicht gleich? Wir besorgen dir im Handtun-Drehen deinen stabilen Efeu Wirklich? Das würdet ihr für mich tun? Na, das versteht sich doch von selbst Lass dich von solchen Kleinkramen nicht auffallen und überlass das einfach uns Kümmert du dich lieber um dein Handwerk? Hm, andererseits Wo findet man diesen stabilen Efeu denn überhaupt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass man ihn als Lohn für erfolgreich abgeschlossene Jobs bekommt Wenn ihr einen Blick auf das Infobrett dort werft Wärt ihr bestimmt einen Job finden, für dessen Erledigung euch die Belohnung Ein stabiler Efeu winkt Ihr braucht also nichts weiter zu tun, als den jeweiligen Job zu erledigen Verstanden? Wir werden also einen Job erledigen, für den wir im Gegenzug einen stabilen Efeu bekommen Und ihn dir dann sofort vorbeibringen Svenja, lass uns gleich mal das Infobrett auf geägnete Jobs hin absuchen Wir brauchen also einen Job, der mit einem stabilen Efeu belohnt wird Und dann heißt es nichts wie los Alles klar, so kriegt man da auch Routine rein Was haben wir denn hier Schönes? Ähm, du erhältst bei den Jobs, die du erledigst, mit der Zeit immer mehr unterschiedliche Baumaterialien Okay Ja, wofür auch immer die gut sind So, hier haben wir schon mal stabilen Efeu Wow, wir kriegen hier überall stabilen Efeu für, kann das sein? Okay Ähm Ich würde sagen, wir nehmen mal diesen Job hier Ähm Weil der so ein bisschen anspruchsvoller ist Die Karkschlucht war ja soweit ich weiß der letzte Dungeon, in dem wir waren Und dementsprechend Da wir überall die gleiche Belohnung bekommen quasi Ähm, nehme ich mal einfach diesen Job Ähm, ja Genau Danke, Azumara Sehr gut, aber ich möchte vorher nochmal an meine Lagertruhe, wenn es geht Ähm, Items Ablegen Was haben wir denn hier Ähm, das Zinkband lege ich mal ab Eins, zwei, drei, vier, fünf Sienelbeeren sollten eigentlich reichen Die lasse ich mal Den Heilsamen auch Den kann ich mal ablegen Die sollte ich unbedingt mal verteilen Das habe ich letztes Mal komplett vergessen Ähm, und den Rest lasse ich auch mal Ähm Geld habe ich noch einiges Ich gucke mal, was Smalllord so im Angebot hat Sind meine Mitglieder noch so fest? Ja Alles klar Dann muss ich das nicht immer wechseln Das ist schön Und dann würde ich ganz gerne nochmal einkaufen Ähm, oh, du hast noch einen Belebersamen Fußtritt Okay, aber den Belebersamen hätte ich gerne Ja Nein Nee Okay, dann haben wir hier unten schon mal Zurückhexladen Und da drüben den von Strepoli Das finde ich richtig schön Wenn hier nach und nach immer mehr Läden entstehen So Konkurrenz zur Raststadt Was ist dieser Briefkasten überhaupt? Ist das ein Briefkasten? Da ist ja was drin Bei genauer Umhinsehen findest du darin einen Brief Du liest ihn sogleich Mitteilung, willkommen zur Passantenpost Den habe ich die ganze Zeit irgendwie gekonnt Ignoriert, diesen Briefkasten Ähm Mit der Passantenpost kannst du anderen helfen Die in Dungeons K.O. gehen Achso, das ist quasi Ja Ich kann dann Freunden helfen Wenn du einen Belebersamen in den Briefkasten wirfst Rettest du vielleicht jemanden per Streetpass Der K.O. gegangen ist Oh Das ist irgendwie lustig Oh, ich habe einen Belebersamen gefunden Ähm Das ist eine interessante Sache Dass ich der anderen helfen kann Nein, möchte ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht Weil ich hier eben beim Zimmer hocke Und hier kein Mensch ist Nils Nilsi Komm Achso Ja, ich wäre jetzt nochmal nach Rassstadt gegangen Aber wir können auch gleich aufbrechen, würde ich sagen Uns den stabilen Efeu zu holen Was auch immer ich mir darunter vorstellen soll Also Klar, Efeu ist eine Rangpflanze Aber Stabiler Efeu Ähm Items Ich habe ja noch Eisen und Zink Eisen werde ich jetzt mal selber trinken Weil die Verteidigung von Pikachu ist jetzt nicht so die beste Und Ähm Ja Zink Ich trinke auch mal den Zink Ich bin heute gierig So Heiligtel Ähm Donnerschock Donnerschock Und hier unten ist auch noch irgendwer Okay Du bist kein Problem für mich Dann suchen wir doch mal das Item für Strepoli Ich muss positiv anmerken Ähm Es gibt ja immer wieder Phasen im Spiel Wo man einfach irgendwelche Jobs erledigen muss Das gehört einfach dazu Ähm Das finde ich auch gut so Zum einen Oh ne Maronbeere Um so ein bisschen die Routine rein zu bekommen Denn Naja Es kann ja nicht immer nur wirklich Ähm Mit der Hauptgeschichte weitergehen Es muss ja auch mal Passagen geben Ich hasse dich Liminip Ähm Wo wir Nein Nils Böse Wo wir quasi Unserer Arbeit als Erkundungsteam nachgehen Muss es ja auch geben Denn ähm Darum geht es ja quasi Und Andererseits Muss man natürlich auch trainieren Dementsprechend sind diese Jobs schon sehr wichtig Und deswegen finde ich es auch vollkommen in Ordnung Dass es Passagen im Spiel gibt Wo man wirklich Jobs erledigen muss Bevor es weitergeht Ich muss aber auch positiv anmerken Ich finde es Schön Dass sie hier so ein bisschen Geschichte damit verbunden haben Nicht einfach Ja Ihr macht jetzt ein paar Jobs Und fertig Sondern Ähm Dass das wirklich so ein bisschen Ja Dass da so eine kleine Geschichte drumherum ist Wie Strepoli jetzt Dass Strepoli quasi unsere Hilfe braucht Das finde ich schön Das macht die ganze Sache ein bisschen spannender Weil wir wirklich ein Ziel vor Augen haben Und nicht nur Wirklich stures Erledigen von Jobs Wenn ihr versteht was ich meine Und mit vier Pokémon ist das echt angenehm Wir räumen hier ordentlich auf Das finde ich sehr sehr schön Ich habe auch schon wieder vergessen Wie viele Ebenen die Karkschlucht hat Muss ich ehrlich sagen Aber ich werde es ja merken Ist das jetzt eine Sackgasse? Hier ist ein Lichtl Ich mag Lichtl Ähm Das war schon wieder der falsche Knopf Ah Jetzt ist die Leiste von meinem Donnershop grün Weil die einmal voll ist Und dann wird sie jetzt langsam rot Weil ich habe ja mittlerweile auch schon Donnershock Level 2 Viridium Oh Viridium hat keine Lust mehr Aber Viridium kriegt das schon hin Ähm Gehen wir mal hier lang Ja Viridium ist schon ziemlich stark Ich denke mal Sollte kein Problem sein Wenn sie alleine rumläuft Ich muss sagen Am Anfang fand ich Viridium ziemlich dämlich Mit dieser Einstellung von wegen Ich schließe keine Freundschaft Und ist doch dämlich Und so weiter Aber Mittlerweile finde ich sie richtig klasse Dass sie uns jetzt so vertraut Und ich mag auch Emolga Emolga ist Wahnsinnig süß Weil es irgendwie immer übergangen wird Ich weiß nicht Es sind schon interessante Charaktere Muss ich sagen Auch du Miesel Wo ist die Treppe Da ist die Treppe Man muss nur was sagen So Zack Ähm Ich werde übrigens in Zukunft wahrscheinlich Wenn wirklich Passagen kommen Wo es sehr 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 viele Jobs gibt Ähm Die einfach rausschneiden Weil ich denke Das ist jetzt nicht so extrem spannend Wenn ich immer nur Jobs erledige Ähm So wie jetzt Da bekommen wir eine Belohnung Beziehungsweise wir bekommen immer eine Belohnung Aber in dem Fall Ähm Ist so eine kleine Geschichte damit verbunden Das finde ich ganz spannend Aber wenn es wirklich nur so Routinejobs sind Dann werde ich das auf jeden Fall rausschneiden Und ja ich trainiere gerade noch so ein bisschen Deswegen bleibe ich hier erstmal stehen Weil die Pokémon kommen ja echt reihenweise angelaufen Das ist echt praktisch Aber ich denke jetzt gehe ich mal Ja Ja Hi Lilminip Ich mag Lilminip nicht Nach wie vor Zack Oh Level up Sehr schön Was lerne ich denn Schönes? Ruckzuckhieb Und es ist ja sogar schon ein bisschen gelevelt Dank Viridium Dann vergessen wir den Routenschlag Ja Boah ich weiß gar nicht Ob Viridium oder Emolga Für das Leveln verantwortlich Ist Aber kann ich schaden Ruckzuckhieb dürfte ja auch Ähm bisschen auf Distanz gehen Definitiv nicht schlecht Und was lernst du Schönes? Energiefokus Nils bitte lernen wir was Vernünftiges Also Wahrscheinlichkeit für Volltreffer ist schön und gut Aber nee Also ich habe auch keine Ahnung Ob man das Texttempo irgendwie hochstellen kann Ich habe mal geguckt Aber irgendwie ging es nicht Das ist etwas nervig an dieser Stelle Aber Naja gut Emolga Ich glaube du brennst Kann ich gerade aber nicht so extrem viel gegen machen Donnershark Nils mach du das mal Meine Genauigkeit ist gerade etwas im Keller Ähm Ein Zinkband Okay Ich könnte ja rein theoretisch Wirklich mal auch den anderen Irgendwelche Items geben Wenn ich die eh schon dabei habe Ähm Zack Ah die Treppe Sehr gut Mit so einem brennenden Emolga Durch die Gegend zu laufen Das ist nicht ganz so toll Ich glaube das ist auch unsere Zielebene Und wir suchen einen Molly Morba Alles klar Sollten wir hinbekommen Hoffe ich einfach mal Da ist die Treppe Wieso finde ich die Treppen immer so schnell Wenn ich sie nicht gebrauchen kann Frechheit Und da ist Molly Morba So Hallöchen Das ist so super mit dem Konfetti Danke für die Rettung Ähm Ja bitte Svenja hat in Kargschlucht Den Job mit Bravour erledigt Danke für eure Hilfe Haben was Damit kann Streepoli jetzt üben Suchen wir Streepoli also schnell auf Und bringen ihm den stabilen Efeu Das ist doch Genau Stabiler Efeu Und damit kannst du jetzt üben Und dein Geschwür fürs Bauen Wieder erlangen oder? Ihr zwei Also ihr seid wirklich Besten Dank Damit bekomme ich auf jeden Fall wieder ein Gefühl fürs Bauen Ihr werdet bald sehen Was für ein Baumeister noch in mir steckt Habt nur ein wenig Geduld Klar Wir freuen uns schon Viel Glück Streepoli Okay Das War's Mhm Dann würde ich einfach mal vermuten Wir müssen jetzt noch mehr Jobs machen Oder? Ich spreche ihn nochmal eben an Vielen Dank Ich werde jetzt alles daran setzen Wieder ein so guter Baumeister zu werden Wie in meinen Glanzzeiten Ihr werdet schon sehen Alles klar Ähm ich gehe nochmal kurz nach Raststadt Um zu schauen Ob da irgendein neues Geschäft eröffnet hat Denn ich habe festgestellt Das wird eingeblendet Weil letztens wurde zum Beispiel eingeblendet Dass Ramaydon jetzt auf hat Woweit ich weiß Ja Die Renovierung meines Ladens ist endlich abgeschlossen Der Boxknacker hat also offiziell wieder offen Freut euch Freunde Das ist doch schön Ja das ist quasi wie bei Xatu damals Aber ich habe gerade keine Schatzbox zur Hand Gut Ähm ich würde sagen Ich werde jetzt mal Ähm Einen Job erledigen Und dann sehen wir uns hinterher wieder Weil wie gesagt Das ist jetzt nicht so spannend Immer und immer wieder In irgendwelche Dungeons zu gehen Die wir schon hatten Dementsprechend würde ich sagen Bis gleich So da wären wir wieder auf unserer Zielebene Ich habe irgendwie so ein kleines Teja Vu Offenbar verirren sich die Molly Mober Sehr gerne in der Kargschlucht Ähm meine Attacken Sehen so aus Denn ich glaube sowohl Donnershock als der Ruckzuck Heap wurden aufpoliert Dementsprechend vermute ich Dass die jetzt stärker sind Ganz durchgeblickt habe ich da noch nicht Und ganz ganz wichtig Ich habe eine schwere Box gefunden Die werden wir gleich im Anschluss auf jeden Fall Zu Rameidon bringen Aber erstmal Schließen wir den Job ab Auch für diesen Job bekommen wir wieder Baumaterial Denke ich Also es sind Items Die ich nicht zuordnen kann Dementsprechend vermute ich Es sind Ähm Irgendwelche Baumaterialien Danke dass ihr Molly Mober geholfen habt Ihr habt ja euren Lohn Wir erhalten 200 Poke Zweimal kostbarer Zweig Einmal frische Kräuter Und eine Maronbeere Ja Warum nicht Am nächsten Morgen Guten Morgen Svenja Auch heute geben wir wieder unser Bestes Selbstverständlich Ähm Ja Können wir ruhig mal machen Ich habe jetzt einiges geschafft Und noch gar nicht gespeichert In diesem Part Wäre vielleicht mal ganz vorteilhaft Das zu tun Nein Ich hatte noch nicht genug Abenteuer Ich habe gerade erst losgelegt Strepoli Oh Strepoli Und die beiden Praktibalk Entschuldigt dass es etwas gedauert hat Aber heute feiern Strepoli und Co. ihre große Ladeneröffnung Echt? Das heißt dann ja Du sagst es Ich bin es da noch nicht Wieder ganz der Alte Aber es wird langsam Auf jeden Fall kann ich jetzt wieder guten Gewissens als Baumeister arbeiten Der Boss hat gestern die ganze Nacht geübt und kein Auge zugemacht Und natürlich hat er dafür gesorgt, dass auch wir kein Auge zukriegen Ihr habt doch gesagt, ihr wolltet ein Pokémon-Paradies errichten, oder? Dort wollt ihr doch bestimmt noch ein paar Einrichtungen bauen Das übernehmen wir Echt? Das würdet ihr für uns machen? Selbstverständlich Ich bin es da noch etwas aus der Übung Aber ich lege mich ins Zeug Und natürlich kümmern wir uns auch um die Erschließung eures Grundstücks Erschließung? Ja Ist doch noch alles Brachland hier Ich meine, der Großteil eures Grundstücks ist ja noch nicht mal begehbar Das stimmt Unser Zuhause ist tatsächlich von lauter Brachland umgeben Überall liegen Felsen und umgefallene Bäume, die den Weg versperren Unmöglich, da durchzukommen Schon klar Auf Brachland kann man nicht einfach so Einrichtungen bauen, was? So ist es Aber bei uns ist euer Grundstück in guten Händen Wir erschließen es für euch und bereiten es für alle möglichen Einrichtungen vor Dann könnt ihr darauf bauen, wo nach euch der Sinn steht Das ist cool Aber eins muss euch klar sein Ob ihr nun Einrichtungen baut oder Land erschließt Ihr braucht dafür Geld und Baumaterial Baumaterial? Du meinst Sachen wie den stabilen Efeu, den du zum Üben wolltest? Genau Von diesen Baumaterialien spreche ich Ihr bekommt sie als Lohn für Jobs Ich erkläre euch kurz den Ablauf für den Bau einer Einrichtung Zuerst mal erledigt ihr ein paar Jobs Das verschafft das nötige Geld und die nötigen Baumaterialien Und danach bittet ihr einfach uns als Strepoli & Co Euer Brachland zu erschließen Und sobald das Brachland erschlossen ist, könnt ihr Einrichtungen darauf bauen Für den Bau der Einrichtung bedarf es dann den gleichen Prozederes Ihr erledigt ein paar Jobs Verschafft euch so das nötige Geld und die nötigen Baumaterialien Woraufhin wir euch dann diverse Einrichtungen bauen können Das ist im Großen und Ganzen der Ablauf Los geht's auch mit der Erschließung Gebt Bescheid, wenn ihr soweit seid Danke Strepoli Jetzt sind wir schon viel schlauer Svenja, wir sind unserem Traum vom Paradies einen Schritt näher gekommen Erschließen wir dieses Brachland Und bauen wir ein paar Einrichtungen, die uns bei unseren Expeditionen helfen Das ist eine schöne Sache Hinweis Im Menü wurde Baumaterial hinzugefügt Dort steht, welche Baumaterialien für die Erschließung des Grundstücks Und für den Bau von Einrichtungen benötigt werden Achso Ich dachte, ich müsste was Strepoli nachfragen Baumaterial Erschließung Saftige Wiese Und mehr kann ich noch gerade nicht erschließen Ähm Frische Kräuter habe ich schon mal Aber ich brauche noch fruchtbare Erde Und Geld habe ich auch genug Einrichtungen Wow, okay Beeren und Samen Aha Sindelbeerenfeld Sichtsamenfeld Plosivsamen Und ganz, ganz viele Dojos Wow, okay Aber ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Erschließung dieser saftigen Wiese Dafür brauche ich nochmal fruchtbare Erde Alles klar Das ist nicht schlecht Haben wir hier passende Jobs dafür? Ähm Ja, zum Beispiel fruchtbare Erde Zweimal Frische Kräuter Frische Kräuter Fruchtbare Erde Okay Ähm Ich würde sagen, ich werde mir da jetzt einen Job raussuchen Bei dem wir eben die fruchtbare Erde erhalten Ich werde den jetzt offscreen auch machen Und euch dann am Anfang des nächsten Partes quasi das Ende dieses Jobs zeigen Wie ich das gerade auch gemacht habe Ähm Sodass wir dann mit der Erschließung des Brachlandes anfangen können Ähm Also wirklich genial, muss ich sagen Ich finde das sehr, sehr klasse, dass wir unser Paradies immer erweitern können Und dass wir uns selber aussuchen können Mit was Also ich denke, ich werde jetzt erstmal die saftige Wiese erschließen Und ähm Dann mal schauen, ob wir die ein oder andere Einrichtung bauen können Man sieht ja auch auf dem unteren Bildschirm Dass da noch ein bisschen Platz ist So, da weiter links zum Beispiel Ähm Ja Dementsprechend würde ich sagen Das war's für heute mit Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin Ciao Leute